es ist heute wirklich mild für diese jahreszeit und für dieses datum 10. dezember der schnee ist weg das eis ist weg die wiese ist noch grün somit habe ich das gehege heute noch mal dahin verrückt wo ich es erstmalig angewandt habe und die tiere freuen sich ich weiß gar nicht wie wild es ist aber ich glaube sogar zweistellig oder knapp zweistellig direkt freudensprünge gemacht geht auf jeden fall ein relativ starker wind ich wünsche euch einen schönen zweiten adventssonntag